Ich glaube nicht, dass wir uns besonders darauf vorbereiten müssen, weil wir sind in der Bundesliga. Es ist gewohnt, eigentlich vor großen Kulissen zu spielen, auswärts. Da hat man meistens die Fans gegen sich. Das sind alles die Nachbarländer Kroatiens. Dementsprechend wird dann großer Fansupport für diese Mannschaften auch stattfinden. Das wäre natürlich super, wenn da eine großartige Stimmung herrscht. Wenn da 8.000 Slowenen kommen und die feiern Slowenien frenetisch, dann kommt das uns auch zugute, weil wir dann eben noch heißer in das Spiel reingehen können und wir eben noch motivierter an diesem Spiel teilnehmen werden. Es geht ja nicht geil aus, in die Halle reinzukommen, die ausdruckt ist. Es gab schon Turniere, da war deutlich weniger los, von daher ist diese Vorrunde gar nicht so schlecht. Aber wir wissen auch, dass es aggressiv wird, hektisch wird und da muss man auch kämpflich dagegenhalten und das wird eine der größten Aufgaben, weil nur die Mannschaft gewinnt, die den besseren Handball spielt.